Ich bin ready. Willkommen zu Titanfall 2 im Multiplayer. Und ja, ist meine erste Runde heute. Beziehungsweise meine erste Runde Titanfall. Seit überhaupt. Ich hab was getroffen und ich bin tot. Was geht hier vor? Ich weiß es gar nicht. Es ist aber extrem laut bei mir. Was hat der denn für eine OP-Waffe? Okay, äh, gut. Okay, hab ich was... Ich hab nen Pilotniss bekommen, nice. Aua, aua, aua. Okay, der ist tot. Boah, ich traf ja gar nichts. Boah, ich kriege... heißt das einfach nur aneinander metzeln oder wie? Ey, ich wollt, ich wollt den, äh, eigentlich den, äh, Hardcore-Modus da wieder, wie heißt, spielen. Aber es geht einfach nicht, weil... Es ist einfach keine... Oh, okay. Ich hab was getroffen, auf jeden Fall. Ah, ich krieg auch meinen Titanballs. Vielleicht auch mal wieder... Pilot-Assist, okay. Oh, ist alles ein bisschen überfordern für mich. Ja, ich hab Stufe 2. Alles... Was ist das? Alles klar. Ich bin ein bisschen selber fordert. Da hat man, glaub ich, mein FUV gerne ein bisschen hochstellen. Ist mir ein bisschen zu... beschränkt. Und es ist sehr schnelles Gameplay. Ja, äh, Titanfall 2, wie gesagt, das spielen wir jetzt endlich mal. Äh, ich hab's endlich mal gegönnt. Okay, das ist einfach nur ein Front-Zoldat, wie schön, okay. Sind das meine Leute hier? Scheinbar. Oh, da ist ein Titan. Da ist ein Titan, Hilfe. Aua, ich bin fast tot. Äh, erstmal wieder ein bisschen Leben generieren, danke. Oder auch nicht. Okay. Hab ich, glaub ich, schon einen Kill gemacht? Äh, wo bin ich denn? Vier Robo. Ich habe null Punkte, nice. Ich hab irgendwie noch gar nichts in diesem Spiel gerissen. Obwohl ich die ganze Zeit Pilot-Assist und sowas kriege, aber gut. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich bin einfach instant tot, Mann. Das nervt. Ich hab, glaub ich, fünf Punkte bekommen, nö, doch nicht. Schade. Aber immerhin ist der Tab nicht so krass OP. Ja, ich hab einen erledigt. Und da ist ein Titan. Fuck. Äh, okay. Wann kann ich mal einen Titan rufen? Ah, das ist... Ich find das Spiel läuft übrigens auf Max-Einstellung bei mir. Gerade. Schade, nix getroffen. Rauschen. Okay, ich wollte ihn eigentlich beschelfen, aber... Wie kann ich den Granaten werfen? Gibt... Da gibt's hier gar keine Granaten. Die kann schlank laufen. Oh, da sind ein paar viele Gegner. Dann kriegen wir ihren Titan. Okay. Das ist einfach nur Kanonenfutter. Das ist klar. Das hab ich verstanden. Da scheint immer nicht nur Kanonenfutter zu sein, da. Da, geh da mal weg. Äh... 30% hab ich meinen Titan, okay. Da scheint irgendwo ein richtig fetter... Äh... Was machen wir denn die Titan-Waffen eigentlich? Ups. Okay, ich kann ein bisschen auf den ballern da. Oh, da kommt noch einer. Shit. Boah... Die Titans sind schon cool. Äh... Ja... Wieso spiel ich eigentlich Titanfall? Äh... Ganz einfach. Call of Duty ist dieses Jahr mega scheiße. Battlefield 1... Packt mich auch nicht wirklich. Und... Ja, äh... Ich wollte einfach mal nicht mal Titanfall ausprobieren. Was hab ich gemacht? Ich hab irgendwas gemacht. Ich weiß noch nicht was. Wuh. Oh. Schade. Ich dachte, ich hätte ihn jetzt gekillt. Ich krieg immer nur Assists. Ich hab immer nur 12 Punkte. Äh... So. Wie mach ich mal Titan... Äh... Eigentlich hat ich immer anders hinge... Hilfe! Das ist meiner. Geh, eindrücken. Ich will einsteigen, ja. Get me. Get me, baby, one more time. Nein. Okay. Äh... Dann... Ah, ich kann ein bisschen nach vorne chargen. Was ist das da? Ah, okay. Ich kann, äh... Ein bisschen so machen. Ja, Titan ist es bekommen. Wup, wup. Nice. Okay. Jetzt kann man mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Wo sind die Gegner? Wie sind die alle da anscheinend? Oh, okay. Ja, im Titan auf Menschen schießen ist wohl... Sehr einfach. Was ist das? Ist das für Laser? Ah. Oh. Wie kann ich das machen? Oh. So, den haben wir bekommen. Nice. So, jetzt... Verstehe ich auch, glaube ich, ein bisschen mehr. Der wird hier ganz schön hart angegriffen. Ich unterstütze dich mal, lieber Titan-Kollege-Boy. Toll. Ihr seid alle Leute schon am Brennen. Ich schaue einfach mal drauf. Okay, ich habe dann schon Schaden gemacht. Was ist das? Was ist das da? Was ist das da? Was ist das? Das ist ein geschützter Titan. Ich habe mich getroffen. Na? Sehen wir nicht nochmal. Und er nicht. Schade. Okay, ich weiß gar nicht. C, I, was? Bossa. Okay, okay, okay. Hat's was gebracht? Ich weiß es nicht. Ich bretzel einfach mal rein. Was ist... Geh? Wow, 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 wow. Hilfe. Das ist sehr schön. Okay. Oh, der hat mich sogar getroffen. Nice. So, nur am Bein. Okay, ich will ja auch steigen. Kann ich da hoch? Ich kann die hoch. Ah, ich muss nachladen. Scheiße. Äh, schade. Glauben wir, wie sieht es aus? Wir sind immer letzter. Aber, ey, wir haben mal vier Kills gemacht. Wir machen etwas. Was? Wir sind doch mal... Ey, da ist mein Roboter noch. Kämpfe, Roboter. Kämpfe. Ich glaube an dich. Hier war gerade irgendwo einer. Hier ist immer noch so ein Titan. Der hat mich bestimmt zerfickt, wenn wir da irgendwie zu nahe kommen. Was mit meinem Titan? Kommst du mit mir? Oh, schade. Oh, was passiert mit mir? Hilfe. Leben. Danke. Ah. Ja. Was zum Fick. Ja, noch ein gekillt. Whoop. Wow. Wir haben gewonnen, was? Ich habe zwar nicht viel mitbekommen. Und wir haben mein Level up, wie es scheint. Mesh. Ich krieg mein Titan. Äh. Was ist hier los? Hilfe. Okay. Nur ein Assist bekommen, aber immerhin. Alter. Was, 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 was. Was zum Fick, alter. Wenn das mal nicht geil ist. Warte, hier ist irgendwo noch einer. Oh, den habe ich schon. Ja. Ja, ich rufe einfach. Ja, ich will mal einen Titan. Danke. Wah. Einsteigen, bitte. Danke. Wo sind die denn jetzt alle? Die sagt mir, da ist irgendwo noch ein Gegner. Oh, da steckte ich hier so an. Da ist noch ein Titan Kommt der auch noch Unschuld nicht, okay gut Wir sind zwar Letzte in unserem Team, aber ey Wir haben Kills gemacht, wir haben gewonnen Und wir haben einen Ping, der gut ist Gut Das ist doch mal schön So, was haben wir jetzt verdient Sieg abgeschlossen, okay Was immer das heißt Zusatzmodifikation Levelaufstieg Ich habe eine neue Waffe freigeschalten, okay Zusatzmodifikation Nice Okay, 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 Credits Sind wir jetzt, was sind wir denn jetzt Wir sind Stufe 2, Tabelle Ja, das haben wir Ja, äh Gut Geh nicht hier rausgehen Ja, wie gesagt, es gibt ein kleines Problem an dem Spiel Es gibt einfach sehr wenig Spieler, leider Das ist leider Leider ist das so Ich habe versucht, andere Modus aufzustellen Aufzuspielen Aufzuspielen Ja, hallo Ich würde gerne hier, kann ich auch was hinzufügen Das da Hier kann ich das hinzufügen Da können wir uns noch irgendwie upgraden Paintings, aber Kostet halt Kostet Konter Haben wir alles nicht Okay, gut Powerzelle Die sind nachher gehen nicht Was haben wir Die Tätigkeit Die Tätigkeit Die Tätigkeit Die Tätigkeit Was sind die Tätigkeitsfähigkeiten Ich weiß nicht Eigener Pillow Was haben wir denn? Hacker Ich würde gerne den Unsichtbaren nehmen Was ist der Unsichtbare? Ah, nochmal den Unsichtbaren hier Äh, wir könnten aber irgendwo noch ein Titan auswählen oder nicht Eigentlich Äh, Wandhänger Was haben wir da? Die Position aufgewählen Mhm Ah, das ist cool Machen wir das mal Äh, was haben wir denn? Achso Verschiedene Killmoves Müssen wir sich über alles freischalten Okay, und die kostet nicht richtig viel Wenn das hier schon 24 kostet Hm Visier haben wir leider noch nicht Okay Splittergenade Elektroband Äh, Feuer Okay Wir werden nochmal mit der Granate Wie setzt sich die Granate ein? Wir können auch nur weiblich werden Oder Aus uns der Klamotte ändert das anscheinend nix Gut So Ach ja, wir haben einen Titan Scout Titan Hyon Okay, was kann der hier? Der hat so ein Laserding Okay, was für Ich hätte gerne einen mit diesem riesengallen Schwert Was ist der hier? Ich glaube der Ronin war das Das hinkaufen Freischalten Stufe 7 Der sieht eigentlich ganz cool aus Ich glaube das ist der auch Kann ich mir den irgendwie Kann ich mir den misspielen? Ah da Last mal Gewehr Egal, gut Äh, wie gesagt Ich zeig nochmal eben das Hauptmenü So sieht Titanfall im Hauptmenü aus Kampagne werde ich wahrscheinlich auch noch spielen Weil Sarien gibt es ja super toll sein Und Einstellungen Hier habe ich meine Grafikeinstellung Ich würde eigentlich nur das Sichtfilme hochstellen Äh Und ganz geil ist Die Texturqualität ist einfach der Wahnsinn Wollte ich auf einmal zeigen Hab ich sogar auf Twitter gepostet Ja gut Ja das war Titanfall 2 Multiplayer die erste Folge Ich werde auf jeden Fall noch ein paar mehr Folgen bringen Denn das macht mir mal Wirklich Spaß Muss ich sagen Also Ich war jetzt erstmal In der ersten Folge Jetzt erstmal richtig überfordert Aber Das ist glaube ich normal Für so ein Multiplayer Ding Aber es macht ungemein viel Bock Also viel Bock hatte ich bei der Battlefield 1 Bei meinem Battlefield 1 Multiplayer Und beim Call of Duty Multiplayer Nicht gehabt Muss ich ganz ehrlich sagen Aber deswegen Ich bin positiv überrascht Ich denke mal Ich werde noch ein bisschen weiterspielen Also wir sehen uns auf jeden Fall In der nächsten Folge wieder Also Haut rein Ciao Ciao